Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day & Swing Training Sektion der Formationstrader am Montag, dem 10. November 2014 und ich hoffe, dass Sie ein ähnlich schönes Wochenende hatten wie ich auch und lassen Sie uns einfach mal diese Woche mit einer richtig provokativen Aussage beginnen. Wir schauen auf den DAX im Stundenchart und ich sage Ihnen, wann immer Sie auf einen Chart gucken von einem Techniker, der so eine steile Aufsteigende und eine weniger steile Aufsteigende und eine Trendbeckgrenzende und eine steilere Trendbeckgrenzende und eine fallende Linie und lauter horizontale Linien hat, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, dieser Charttechniker hat grundsätzlich wenig Ahnung und deswegen verbindet er alles mit allem, was so weit reinig auf dem Baum ist, um so ein bisschen das Gefühl der Sicherheit zu bekommen, sprich nicht gerade für diesen Charttechniker und noch viel weniger für ihn als Händler, denn wenn man schon das Instrument der Charttechnik nicht beherrscht, kann man sicher nicht handeln. Wenn man Charttechnik kann, heißt es schon lange nicht, dass man traden kann, aber wenn man das eine nicht kann, dann kann man das andere ziemlich sicher nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dieser Charttechniker ist ziemlich unordentlich. Wenn man seinen Arbeitsplatz, nämlich den Chart nicht sauber hält, dann kann man nicht das Entscheidende aus dem Chart rauslesen, spricht auch nicht gerade für diesen Charttechniker und die dritte Möglichkeit ist, dieser Charttechniker hat aktuell keine Ahnung, was als nächstes passiert wird. Es gibt also diese drei Möglichkeiten. Die sind alle nicht besonders schmeichelhaft für mich, aber eine vierte kenne ich im Moment nicht. Jetzt ist es so, dass ich mir sicher bin, dass ich nicht das Erste bin oder nicht das Zweite bin, bleibt also nur das Dritte und das Dritte ist auch die Wahrheit. Ich habe im Moment keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wenn Sie nach meiner Meinung fragen, meine Meinung ist es, dass der Markt erstmal in Richtung 9,60 laufen wird, aber das kann ich im Moment charttechnisch nicht abbilden. Warum ich das nicht kann, besprechen wir gleich miteinander. Wir haben am Freitag miteinander darüber gesprochen, dass wir uns hier in einem Trendkanal befunden haben und dieser Trendkanal sich anfängt leider ein bisschen einzuflachen und dass wir das sogar noch weiter hier abflachen. Jetzt zeichne ich noch eine Trendlinie rein. Das hätten wir auch schon am Freitag gesehen gehabt und dass es anfängt hier auszusehen wie eine bärische Keilformation. Und in dem Augenblick, in dem hier diese Trendlinie per Stunden Schlusskurs, der am Freitag bei 9,60 ist, bärisch aufgegeben worden ist, hat der Markt das Potenzial, hier in diese Richtung zu laufen. Das war das Tagestief am Freitag. Das hält dann aber per Stunden Schlusskurs und per Tagesschlusskurs. Heute Eröffnungskurs deutlich drunter. 9,20. Was passiert? Der Markt macht ein echtes Zakatumski, indem er, schauen Sie es mal an, hier ist der Eröffnungskurs und dann macht das, läuft in einem nach oben und am Ende ist der Schlusskurs wieder oberhalb dieser Trendlinie, wenn wir wieder den Stundenchart haben, da. Und jetzt kratzen die Bären wieder an dieser Trendlinie. Das heißt, die Bullen kommen nicht mehr von dieser Trendlinie weg. Wenn wir den Stunden Schlusskurs unterhalb dieser Linie haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir zunächst einmal das Tagestief 9,230 testen und dann darüber hinaus in Richtung 9,160 zu laufen. Erstens. Zweitens. Das Problem ist nur, diese langen Schatten, die immer wieder gekauft werden. Deswegen muss man diese Aussage mit Vorsicht genießen. Wann ist diese Aussage nicht mehr gegeben. Falls der Markt es schaffen sollte, über diese Zone im Bereich von 9,345 drüber zu gehen, da ist die 20-Stunden-Linie. Das war auch diese horizontale Marke, wo wir gesagt haben, darüber hat der Markt Potenzial 9,450, 9,5 zu machen. Wenn er darüber geht, ist dieses Setup mit dieser Bewegung 9,220, 9,160 nicht mehr gegeben. Okay. Was ist an der 9,160? Im Bereich der 9,160 haben wir diese flache aufsteigende Trendlinie und diese wichtige horizontale Zone. Das war nämlich hier mit einer Kurslücke nach unten gesprungen. Da war es Widerstand. Hier war es Widerstand. Dann springen wir mit einer Kurslücke nach oben. Hier wird es potenzielle Unterstützung. Das heißt, hier ist eine doppelte horizontale Unterstützungszone. Sieht man auch sehr schön, wenn man sich das nämlich über den Tageschart anschaut. Hier. Das ist diese horizontale Zone. Wenn die bärisch aufgegeben werden sollte, dann ist das nächste Ziel. 20-Tage-Linie. 9,230, 9,000 und knapp drunter ist nämlich die 200-Tage-Linie. Die Wahrscheinlichkeit, dass er an einem Montag eine so dynamische Bewegung zustande kommt, ist gering. Montag ist meistens Schontag. Passiert nicht viel. Maximal hier, dass er nochmal hier in diese Richtung kommt. Das ist die bärische Variante, die wir sehen. Also erstens auf diese Schlusskurslinie achten. Zweitens hier 9,160 beachten und darunter geht es in Richtung 9,000, 9,050. Man muss mal gucken, was er dann halten will. Ob er die 200-Stunden-Linie sehen will, ob er die 50-Tage-Linie sehen will oder die horizontale Zone. Und was ist nach oben? Nach oben hin muss man sagen, also wir haben hier bärische Keilformation. Sie sehen, wie diese Trend begrenzende Linien immer flacher werden. Deswegen lasse ich sie auch alle nach wie vor stehen, weil ich nicht weiß, wenn der Markt anfängt stark zu werden, ob er das als Widerstand betrachtet, das als Widerstand betrachtet oder die oberste Linie als Widerstand betrachtet. Mit der bullischen Variante ist es so. Schafft es der Markt, wieder über die 9,340 zu gehen? Und schafft es der Markt an diesen Widerstand ranzulaufen? Die befindet sich im Bereich von 9,4. Was ist das für eine Widerstandslinie? Das war nämlich hier die 9,840. Das war das sogenannte Zwischenhoch. Wir haben hier einen Ausverkauf gesehen an die 9,000. Das war damals, als wir gesagt haben, Leute, 8,9 wird das mal halten. Kann man kaufen. Haben wir auch gekauft. Bei Einzelaktien hatten wir gesagt, der hat noch eine Welle. Also das heißt, das Zwischenhoch, was wir gebildet haben im September 2014. So. Wenn wir dieses Hoch hier mit diesem Hoch verbinden, kriegen wir diese Linie. Wenn der diese Linie bestätigt, dass das nochmal ranläuft und da scheitert, zumindest ein bisschen zurückkommt und dann vielleicht mit der vierten Berührung durch diese Linie durchgeht, dann würde ich sagen, okay, sind die Ziele erste Trend begrenzende Linie im Bereich von 9,530. Im Bereich von 9,5, Sie wissen, es ist auch die 200-Tage-Linie hier. Und wenn er das schafft, die 9,5 dann wirklich aus dem Weg zu nehmen, dann spielen wir nämlich die nächsten Marken. 9,630 und möglicherweise 9,730 ab. Man muss sagen, 9,630 ist die Haupttrend begrenzende Linie seit dem Hoch, was hier war das im April? Entschuldigung, das war im Juli. Juli, September, das ist dann die Haupttrend begrenzende Linie 9,6. Wenn ich Ihnen sage, und das muss ich auch noch dazu sagen, dass ich glaube, der macht erstmal nochmal die 9,150, 9,160 und möglicherweise darüber hinaus, dann muss man immer vorsichtig sein, ob das nicht der Wunschvater das Gedanken ist, dass ich mir wünsche, dass er das macht, weil das hier wirklich eine sehr, sehr interessante Zone wäre, um die Unterstützungen wieder zu kaufen, weil sehr, sehr viele Aktien dann hier in diesem Bereich große Unterstützungen bieten würden. Das muss man sich auch immer wieder auf jeden Fall klar machen. Wenn man sich für die bärische Variante interessiert, dann muss man sagen, BASF hat hier nämlich eine Art Bärenflagge, Bärenkeil. Hier ist die Stange, hier ist der Pullback und wenn das Ding hier bärisch aufgelöst worden ist, wenn er nämlich hier unter diese Zone im Bereich von 68 Euro fällt, dann hat er Potenzial eine Bewegung zu machen. Das würde ich aber ganz sicher nicht als Swing oder Position straight, sondern das ist etwas, was man über die Stunde spielen kann in Richtung 66, möglicherweise in Richtung 65 und da muss man wissen, läuft dieser Markt in Richtung einer sehr großen Unterstützung. Das muss ich gar nicht machen, doch muss ich machen, denn dann haben wir nämlich über die Woche hier eine sehr wichtige mittelfristige aufwärts gerichtete Trendlinie, darunter ist die 200-Tage-Linie, das heißt, das wäre nur für diejenigen, die etwas ganz kurzfristig traden wollen, ansonsten ist nämlich der sogenannte Pullback in Richtung der 66 eine große Unterstützung, die dann eher interessant ist, um das auf der bullischen Seite zu kaufen. Wenn der Markt den Pullback macht, dann ist Daimler interessant. Daimler würde dann nämlich wieder an diese obere Begrenzung des Bullkhalts laufen, 20-Tage-Linie, um die 60 Euro, eine ganz interessante Unterstützungszone, kann nämlich seinen Stopp hier unten drunter setzen, hier im Bereich von 58, Zielzone ist 64, erste Zielzone mit der 200-Tage-Linie und ansonsten, wenn er darüber geht, dann natürlich größeres Potenzial, ich will er jetzt keine zu großen Zahlen in den Mund nehmen. Dann gibt es zweite Möglichkeit, auch weil wir gerade auf den DAX geschaut haben, Continental, hat ja hier eine Bullenflagge, ist kurz bärisch aufgelöst worden, wir sind wieder reingekommen. Wenn der Markt zurückkommt, ist das eher interessant, wenn er sogar kurz unter die 20-Tage-Linie abtaucht, aber 150, wichtige psychologische Zahl und dann auch vom Chancen-Risiko-Verhältnis passen, da kann man nämlich hier seinen Stopp unterhalb dieser Zone im Bereich von 146 platzieren, hat zumindest Potenzial hier an die 164 zu laufen, an die 200-Tage-Linie, an die obere Begrenzung der Bullenflagge, kann man Teilgewinn realisieren, das Risiko rausnehmen und gucken, ob er dann sofort durchgeht, ein Pullback-Macht durchgeht, wie auch immer und dann gegebenenfalls additiv etwas auf der bullischen Seite zu täten. Ich wollte Ihnen noch einen zeigen, genau, das war nämlich SAP. SAP hat ja keine so guten Zahlen rausgebracht. Dann ist SAP unter Druck geraten und ist in Richtung 50 Euro gelaufen. Man muss wissen, 50 Euro ist zum einen über den Tag eine trendunterstützende Linie gewesen, dann ist es eine psychologische Marke, dann haben wir auch über die Woche eine fallende und trendbegrenzende Linie plus, ich setze noch einen drauf, die 200-Wochen-Linie. Schauen Sie, hier Unterstützung, hier Unterstützung, hier Unterstützung, da war es Widerstand, da war es Widerstand. Also das Trend schon so ein bisschen so durchaus sehr signifikant bei SAP, nicht nur ein bisschen den Bullen vom Bärenmarkt über den Wochenstart. Falls der Markt noch einmal hier in diese Richtung läuft und der muss uns ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis geben, damit es interessant ist. Denn auf der anderen Seite über den Tag, schauen Sie sich das an, wir sind auf der falschen Seite an der Trendlinie und auf der falschen Seite der 200-Tage-Linie. Also wäre die 56 schon eine sehr, sehr große Widerstandszone. Wenn wir jetzt anfangen würden, den, was weiß ich, sobald die Kurslicke zu ist zu kaufen, hier im Bereich von 52,60, da muss man sagen, okay, also das wäre in etwa unser Risiko und was wäre denn so unsere Chance? Oh, 1,3 zu 1. Dafür, dass wir nur eine Unterstützung kaufen und keinen prozyklisch stattgefundenen Ausbruch, lohnt sich das nicht. Dann wäre es deutlich interessanter, wenn der Markt diese Bewegung noch ein bisschen zurück macht, zum Beispiel hier an diese Zone läuft im Bereich vorn so knapp 52 Euro, 51,88, 51,70. Wenn er uns das hier gibt, ist es vom Chancen-Risiko-Verhältnis deutlich größer, man muss sich darüber im Klaren sein. Man kauft das Versprechen dieser bullischen Bewegung, die mit Volumen stattgefunden hat und dieser Seitwärtskonsolidierung, die wenig Volumen hatte, aber die Wahrscheinlichkeiten sind deutlich geringer. Wenn der DAX nach oben bleibt, nach wie vor Fresenius ist eh interessant, was hier eine Seitwärtskonsolidierung oberhalb der 61,60 dann auf der bullischen Seite bullisch auflösen würde, aber auch im Falle des Pullbacks hatten wir miteinander besprochen, alles was so in Richtung 40 Euro laufen würde, wäre eine potenzielle Unterstützung und hat dann danach die Möglichkeit hier sogar neuere und höhere Hochs zu machen. Andere Werte, MDAX, TechDAX schauen wir dann im Laufe der Woche an, morgen, übermorgen, die Woche ist noch lang, es gibt genügend Werte, müssen wir nicht alles heute abfrühstücken. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, möchte es nicht versäumen, Sie ganz herzlich einzuladen zu unserer Forex-Ausgabe, was Sie auf unserer Seite finden werden, genauso wie Sie Sevius' Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes bekommen und dann bleibt noch, na klar, heute Abend schauen wir dann gemeinsam auf die Rohstoffe sind Sie ebenfalls ganz herzlich eingeladen, ob denn Gold und Silber diese bullische Bewegung, das Versprechen von Freitag einlösen können und eine Fortsetzung in den kommenden Tagen durchführen können oder nicht, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, mein Name ist Hamid Esnashar und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.